Musik Das grösste Highlight ist heute, dass ich heute meine Präsidentschaft abgeben und einen guten Nachfolger gefunden habe. Applaus Herr von mir, gib doch schnell Sachen, was es ist. Wir schicken dich, lieber Bruno, zusammen mit Claudia in ein Wellnesswochenende, dass ihr die Zeit zusammen geniessen könnt, Füsse hochladen, einfach die Seele baumeln lassen. Ganz herzlichen Dank. Applaus Applaus Mein Name ist Bruno Schardiner, ich werde im August 35 Jahre alt. Ich wohne in Lachen am Zürichsee, geboren und aufgewachsen im Garten. Applaus Wir hängen heute unser altes Kleid an den Nagel. Dieses Logo ist Ihnen bekannt. Wir haben das Jahr 2018, Ultraviolett ist die Farbe des Jahres. Also, nicht nur die Farbe von chronischen südlichen Darmerkrankungen, haben aber auch die Form überdacht. Und zwar möchten wir mit den neuen Formen das Symbol von Miteinander symbolisieren. Das kann auch Yin und Yang sein, Unendlichkeit, aber Hände, die miteinander ineinander greifen, das Miteinander. Entstanden ist ein neues Logo, moderner, dynamischer, und wie Sie sehen, auch einen neuen Namen. Auf Wiedersehen auf der ZNewden war! Ich war ein neues Gedanle. Ich war ein neues Gig. Ich war schon bei uns, dass sie eine eigene Infobox vorfannst. Ein neues Gedanle ist eine Art von Miteinander. Und die Körle ist die Falschmacht.